Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, seit langem mal wieder. Ja, in dem Video spielen wir so ein bisschen Sea of Thieves. Wenn es euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Denn ich habe jetzt wieder vor, mal ein bisschen mehr zu machen. Ja Leute, auf jeden Fall schaut doch mal bei Twitch vorbei. Der Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, also schaut mal vorbei. Das sind auf jeden Fall die Highlights aus dem Stream und dann bis zum nächsten Stream oder bis zum nächsten Video. Alter, was? Ein geiler Knochen. Hier kann man für Sega, also jemals ganz stimmen. Wollen wir machen? Also, warte, äh, ich muss sprechen. Junge. Ja, du bist ja ganz toller Vogel. Aaaaaaah. Okay, let's go. Die berühmte Geschichtenerzählerin jetzt selbst verwickeln in einen Beklagenswerte-Geschichte. Ich werde durch meine Kunst Rache üben. Ich schnitze meinen Verrat aus Holz und stehle meinen Hass mit Eisen und baue einen Käfig für ihren glänzenden Stein. Der Stein hat schon zu viele Herzen durchbohrt und zu viele Seelen verführt. Warum suchst du ihn, wenn du sie, wenn du die Seen nur so sehen könntest wie ich? Vielleicht kann dir jetzt nur noch der Ruhm die Augen öffnen und dir den Weg voranzeigen. Suche die Höhle der Knochen im Plunder Valley. Tiefer Graben liegt neben einem Vogel aus Stein, lebt nur so Knochen, erzählt von tragischen Geschichten. Äh, groß und klein. Hier ist auf jeden Fall der Vogel. Äh, der verlorene Käpt'n deutet zu Feuer und Asche. Der Vogel aus Stein ist hier drin. Ah ja, das kann sein. Meine hier drin war ein fetter Vogel aus Stein. Da draußen war ein Vogel aus Stein. Hier ist einer. Warte, ich hab mich voll verlaut. Hey, da, komm mal zu mir, ist richtig dick zu futtern. Ich bin ja in so einem großen Raum. Oh, baby. Ja? Ja. Ops. Da ist ein Vogel aus Stein. Ich muss halt jetzt ja buddeln oder so, ne? Meinst du? Der verlorene Käpt'n hinter Maske aus Gold. Ne, warte. Skelett am Ziehen. Gebensch versteckt sich hinter der Maske aus Gold. Die hat die Maske aus Gold an. Ähm, verlorene Käpt'n deutet zu Feuer und Asche. Wer kommt zu dem Feuer deuten? Hier, der eine Typ. Die haben hier auch alle so komische Knopfaugen. Ja. Zwei Liebende halten sich an den Händen. Oh, oh, noll. Äh, auch das. Die Rumschmoglerinnen. So, jetzt zeig's auch. Ah, da oben. Naja, und guck mal, was da passiert. Aha. Ah, oh. Äh, ein Buch. Okay. Aber es wird jetzt hier nichts entdeckt. Äh, weitergemacht an Seiten, ne? Äh. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Trap Makers Notes will add new pages to your Tall Tale Book. Oh, 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 oh. Der hatte Notizen in der Hand. Ach so. Ach, habt ihr die mich auch gesammelt? Nein. Also, was müssen wir jetzt machen? Ich weiß, wohin wir müssen. Also, äh, wenn ich das... Das ist ein Symbol suchen auf der Insel und das habe ich schon gefunden. Komm mal mit. Dann, siehst du das hier? Ja. Das ist das Zeichen. Jetzt kannst du dein Fernrohr rausnehmen. Und da hinten siehst du ja, äh, auch diese... Also, nicht diese Zeichen, aber halt Zeichen. Ja. Und jetzt musst du die Augen vom Totenkopf da drauf bewegen und jetzt musst du mir sagen, wo das Kreuz dann ist. Das Kreuz ist ein bisschen weiter links. Also, jetzt geradeaus geht gerade... Also, ja, 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 ja. Noch ein bisschen. Nach hinten, nach hinten. Hinten, weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Jetzt links. So? Ja, noch einmal. Und jetzt einmal ein ganz bisschen nach vorne. So, aber jetzt kannst du machen. Hast du? Magen! Ich halte, dass das das richtige Symbol ist. Das kann auch sein, aber egal. Es gibt ja mehrere. Oh, ja, okay. Ja, aber es ist doch immer so, wenn es ist noch auf 5 Meter Abstand, oder nicht? Ah, hier ist auch noch eins. Jungs, ich gucke jetzt halt auf die Kanone und das Holz. Und dann, okay, ich komme weiter nach links. Also, von mir aus oder von dir aus? Jetzt lauf zu mir, Richtung... Ja, stopp. Jetzt nach rechts von dir aus. Ja, noch weiter. Ein bisschen zurück. Noch mehr. Ja, und jetzt ein Stück nach hinten. Noch eins. Noch eins. Und jetzt graben. Hä? Auch nichts. Hier wäre halt irgendwie... Kann ich das nicht anzünden? Ne. Oh, oh, oh. Daumen. Ja. Oh, oh, da ist Holz. Jetzt ist hier... Hanone und Fass. Ja, ich gucke. Hanone und Fass. Okay. Ja, okay, mach. Dann hier eigentlich, oder? Ja, ja, ja. Jawohl. Jawohl, da ist es. Let's go. Ich glaube, das ist jetzt hier unten, finde ich. Ich glaube, das war das gerade von eben. Das kann echt sein, ja. Also, ne? Das ist bei der großen Steinspitze von der Insel. Da müssen wir hin. Ich stehe auch auf was drauf. Ich stehe auf was drauf. Okay. Das passt. Wo bist denn du? Da. Ja, dann wahrscheinlich das da unten, ne? Musst du nach unten, oder? Da vorne, das vor mir wahrscheinlich. Okay, sag mal an, wo ich graben muss. Stopp. Komm zu mir. Weiter. Weiter. Noch ein Stück. Stopp. Hier. Jetzt, äh, nein. Nach rechts. Hä? Das passt gar nicht. Nein. Und wo ist das jetzt? Ah, das ist bei dem, äh... Bei dem... Bei dem... Bei dem Brack. Schiffswrack? Ja, stimmt. Das ist bei dem Schiffswrack. Äh, das ist, äh... Da ist ja diese Schlucht und dann rechts die Klippe hoch ist das. Da standen wir auch schon. Ich glaub, das ist das da, wo... Ja, Finn, komm mal näher zu mir. Mach mal jetzt, jetzt kannst du ja. Ja, dass er gedacht hat. Nee, ist nicht. Nee, das muss noch weiterhin sein. Ja. Na ja. Okay, und dann... Ach, da. Da unten sind sie. Oder? Aber das ist halt jetzt nicht Holz und St... Äh, Holz und Eis. Nee, 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 nee. Das ist aber auch was anderes. Äh, warte. Erde kriechend in der Luft. Und jetzt? Ja. Das ist das, ja. Das ist es. Der Käfer und der Adler. Okay, wohin? Hier? Abs! Ah, natürlich. Oh. Oh, oh. Schießpulverfass. Junge, wer ist er denn? Junge, wer schießt. Was passiert hier? Was denn passiert hier? Das ist diese Falle. Weg, 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 weg. Ah! Junge, Alter! Ich bin tot. Au. Ja, Jungs, ihr müsst da ganz schnell weg. Komm her, komm her, komm her. Oh mein Gott! Kann mich auch verholen? What the... Sehe man's ganz gescheitert? Was? Weil das Ding kaputt gegangen ist. Wir hätten einfach straight zum Schiffswrack rennen müssen, ins Wasser. Mit dem Ding. Das kam ja von hinten und wir hätten einfach wegrennen müssen. Ja, jetzt drehst du dich zu mir hin. Und jetzt gehst du zwei Schritte nach schräg links von dir aus. Eins, zwei. So? Ja, einen Schritt mehr zurück. Boom. Jetzt durchziehen. Aufbuddeln, aufbuddeln. Es geht von da los. Okay, los, los. Lauf, 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 lauf. Boah. Ganz krass weglaufen. Leckofanny, das geht richtig krank hier. Lass hier zum Strand. Ich bin in der Höhle hier drin mit dem Ding. Okay, ich geh zum Strand. Ich will mir das angucken. Ich will das auch sehen. Boah, Junge. Oh. Junge, einfach so weg da. Ich geh in meine Höhle wieder. Ich geh weg in die Höhle. Fabian, das macht richtig schade. Ey, Finn, das macht richtig schaden. Es ist vorbei. Es ist auch vorbei. Es ist auch vorbei. Was müssen wir damit jetzt machen? Hier. Der Schlüssel zu Sailors Bounty liegt weit unten in Höhlen, wo die Gebäser ruhen. Und ich hab dir eine Überraschung dagelassen. Warte, müssen wir jetzt nach Sailors Bounty, oder was? Ja. Eine Stunde später. Ähm, jo, das ist... Oh, 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 weg hier. Geh, wir fahren so schnell du kannst. Warte. Warum fahr so schnell du? Fährt immer noch. Hä? Digga, wir fahren in die Mitte komplett andere Richtung wieder. Das ist aber auch einfach nur Scheiße. Das war jetzt die Margeräte mit ihrem Beißer. Ach so, was? Mach mal Acker jetzt. Auf entspannt. Geh noch ein bisschen nach links. Ja, ne, ne. Doch. Ja, doch, er kann doch lenken, äh, lenken dann. Mach ich. Aber nicht zu sehr. Der Schlüssel zu Sailors Bounty liegt weit unten in den Höhlen, wo die Gebäser ruhen. Und ich hab dir eine Überraschung dagelassen. Loot? Loot? Nein. Warte, in den Höhlen, wo das Gebäser ruht. Hier ist eine Höhle. Oh, hier geht's los. Ja, hier geht's rein. Oh, fuck. Oh, ja. Truhe an der tausend Ruxi, Jungs. Dump. Nein. Ja, nimm die nicht mit. Das überlebst du nicht. Lass die, bring die schon zum Schleim. Stell die dahin. Ja, nimm die nicht mit. Ab. Ich geh weg. Na gut, let's go, ne? Aber hier sind so Löcher im Boden. Da kommen doch safe Fallen raus. Ja, das ist ein Wrestler-Skelett. Das ist einfach random superior. Ich hab so Angst, auf das Fass zu schlauen, ne? Oh, Achtung, Jungs! Ja gut, das war, glaube ich, doch so ein geiler Hebel. Äh, ich kann nicht mehr benutzen. Scheiße. Hä, nein, der kommt nicht mehr zu haben, beide. Er ist weg. Natürlich. Was? Warte. Wartet mal jetzt. Und jetzt? Mach mal jetzt den Hebel. Oh, echt? Yo. Das war ein anderer Hebel. Ja, könnt ihr mich bewölfen? Und jetzt? Ich geh mal kurz nach. Oh, Captain of the Liar. Warte, das ist doch der hier, oder? Ich kann, ja, ja. Er ist tot. Ja. Was? Ja, die machen ja One-Shot. Habt ihr das Mondtotem? Oh, Jungs, bin da tot, Peter. Ich auch. Also, nein, aber. Und, haben wir es jetzt geschafft? Ja, also, ich hab ein Totem. Ja, hier liegt auch nichts mehr. Warte, lass es passen. So, es geht aber weiter. Ja, ja. Jetzt geht's zur letzten Kammer. Park ich schön in der Bucht, dann macht einer Anker. Ja. Ist das überhaupt eine Bucht? Was müssen wir dann da auf der Insel machen? Äh, du kennst doch den Vault, wo wir letztes Mal drin waren. Da brauchte man noch einen Mondschlüssel. Okay, Jungs, wir sind da. Seid ihr bereit? Jawohl. Okay. Was auch immer uns da drin erwarten wird, wir werden es besiegen. Komm rein, Denal. Blut! Hä? Hä? Oh. Such nach dem Malen des Mondes, um den Stein in der verborgenen Kammer auf Crescent Isle zu finden. Ich zeige dir meine Ehre, Pirat, aber sei gewarnt. Hol den Stein nicht des Ruhmes wegen, verfalle nicht der Gier. Vielleicht müssen wir das langsam machen, dass wir das nicht zu gierig machen. Nein, wir machen es richtig gierig, Abwart. Hä? Ja, okay. Hä? Nice, Jungs. Da ist ein Stein, ey. Was ist das? Schleierbahnstein. Schleierbahnstein. Haben wir gewonnen? Das ist vorbei. Ist das vorbei? Na, danke, Digga. Jetzt müssen wir den zum bisschen Rösen zu kämpfen bringen. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Hä? Ach, achso, warte mal, wir müssen die da rein tun, ne? Ja. Hier ist noch ein Captain of the Vault. So, rein das mit dem Mondmedaillon. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eins. Da, Guardian auf dem Mondsturm. Dieser krasser Guardian, der ist einfach schneller tot als was auch immer. So, Jungs. Sind alle besiegt? Letztes Medaillon. Und jetzt müssen wir zu dem einen Vogel zurück. Steht das da? Ja. Achso. Das ist der krasseste Nebel, den ich je gesehen habe. Das ist krass, genau. Das ist auch heftig gerade. Als hätte das ein Profi bestimmt. Das würde ich halt wirklich nichts mehr sehen. Ich glaube, wenn man hinten steht, kann man die Spitze vorm Schiff nicht mehr sehen. Ja. Das geht. Nein. Nein. Ich hatte noch nie so einen Nebel. Noch nie. Nee, da ist ein Segel im Weg. Das geht nicht. Jetzt überleg mal, wie leif das ist. Äh, jetzt nach rechts. Ja, ich sehe sie. Ja, sehe sie. Das ist die Insel? Nee, das ist die Insel. Salty. Ich gebe dir jetzt den Schleierbannenstein. Let's go. Alter. Let's go, boys. We got it. So, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und beziehungsweise auch, was ihr sehen wollt. Damit wir so ein bisschen mehr für die Zukunft planen können. Und ja, Leute. Das war's mit dem Video. Haut rein, ciao.